Wo bleiben die bulgarischen Gymnastinnen? Werden Sie fragen. Hier stellt sich gerade eine vor. Mila Marinova, 15 Jahre alt. Weniger langbeinig, aber sehr anmutig. Generationswechsel bei den Gymnastinnen des Balkanlandes, wie Anka Panova, Alexandra Dunavska sind nicht mehr aktiv. Aber inzwischen hat Erfolgstrainerin Neshka Robbeva neue Talente und sie gehört dazu. Und ich finde auch, dass sie ein wenig an den Stil von Bianca Panova erinnert, zumindest als sie damals 15 war. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Mehrkampfzweite wurde auch in den Stil von Bianca Panova. Die Mehrkampfzweite aber gemeinsam mit Alexandra Timoschenko und ihrer Landsmannin Nelly Atanasov aus Sofia. Die bulgarischen Mädchen sind in diesem Jahr auf Aufholjagd.